komm jetzt da bringt dir deine dämliche rolle auch nichts mein freundchen ja 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 lauf lauf vor ist lauf lauf um dein leben gibt gummi du verräterische note du lauf du judensohn lauf ich sagte lauf du verräter alter kurz vor dem ziel meine fresse das ist doch nicht dein ernst ja komm 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 ja 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 ich bin der erste wie spannend hallo und herzlich willkommen meine damen und herren wir fahren fort mit wetter redemption diesmal gold rausch eine art deathmatch ich wie sie erst meinen gegner an und ich gebe natürlich ein headshot den auch oh mein gott ja ich habe ihn auch noch scheiße ich habe drei leute das fängt schon mal gut an wir zocken diesmal wie gesagt gold rausch auf der mac pacific union und der modus sollte schon eigentlich jeden bekannt sein wir sollen einige gold säcke einsammeln und so lange wie möglich diese säcke natürlich halten um dementsprechend viele punkte zu kassieren ja komm ich will die moneten mein freund anscheinend funktioniert das nicht egal ich habe mir am besten den anderen sack die tasche nehmen alles klar man kann ja auch mehrere säcke mitnehmen ich versuche natürlich diesen sack ach scheiße meine fresse alles klar los geht's ich hatte im letzten video freien modus gezockt aber ich habe mir ehrlich gesagt dass ich mal gedacht dass ich mal diesmal deathmatch spiele etwas innovation in das spiel einbaue aber er lebt immer noch meine fresse was habe ich da überhaupt für waffen irgendwelche schimmeligen kanonen auf die könnte ich ehrlich gesagt verzichten ich muss hier die leute ausbeuten meine güte mach hin da spring da rüber und back dir ein eis da ist mein nächster feind ein headshot da ist aber noch einer verdammte scheiße doch mal alter wo spawnt die mich hin alter was ist das für ein dreck ja die waffe ist geil irgendwo im arsch der welt werde ich hin gespawnt ey oh tnt oh da war doch einer ja komm da ist neuner oh jahahahahahaha fatality achso ich muss die äh die tasche ah ja ich hab's geschafft in diese Truhen da hineinwerfen Hmm Erbeute mehr Taschen Ja, das versuche ich doch die ganze Zeit Ey, mein Ey, das ist jetzt total verranzt irgendwie Wie viele sind überhaupt drin? Meine Güte Immerhin, ich bin Dritter Da ist so einer Wo werde ich hingespawnt, Alter? Das kann nicht wahr sein Direkt in die Schlacht Komm jetzt Ja, da bringt dir deine dämliche Rolle auch nichts, mein Freundchen Oh mein Gott, aber ich habe ihn noch Oh toll, ich hatte zwei Säcke, ey Meine Güte Die Waffe ist einfach viel zu lahm Meine Fresse, Alter Und noch einer kommt rein Nicht schlecht, nicht schlecht Komm jetzt Diesen Sack muss ich jetzt Kriegen So, einmal hier durch Ja, direkt zwei Feinde voraus Ist klar Ja Jetzt wird er auch noch hinter mir gespawnt Ey, das Was ist das? Ist das Black Ops 2 Oder ist das Modern Warfare 3, ey Ja Dann eben so, mein Freundchen Alter, die Spawnpunkte spinnen langsam Da kommt direkt der nächste Mongo Komm, zeig dich, du Honk, du Ey, ich habe ihn noch Nadeshot verpasst Alter, das war jetzt ein bisschen komisch, ey Lauf Gib Gummi Ja, ist klar Ich wurde gerade gespawnt Und der wird schon Der nächste wird schon hinter mir gespawnt Oh mein Gott Was sieht der denn aus, ey Da ist er wieder mit der Rolle Ey Ich hasse diese Scheißwaffe Ich hasse sie einfach So eine gammelige Waffe, ey Oh, da sind zwei Säcke Schnell Vielleicht schaffe ich das noch Weg mit dir Opa Das sind meine Säcke Aber da kommt schon der nächste Da kommt schon der nächste Ey Du kannst den einen Sack halten Behalten So, lass mir diesen Sack Ja, ich habe es geschafft Ich bin immer noch Dritter Aber Ich hoffe, dass sich das alles Zum Guten wendet Ja, immer noch Dritter Aber Naja, bei so vielen Leuten Ist das eigentlich akzeptabel Okay Die nächsten Säcke wurden gespawnt Ey Friede 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 Ich sagte Friede Friede Sonst stirbst du Alter Ja, endlich Ja So wendet sich das Zum Guten Los, los, los Da ist die Truhe Los Lauf vor ist Ja Da hängt er auch noch An diesem Scheißrad Oh mein Gott Das kann nicht wahr sein Das verdammte Rad Ey Ja Ich sag doch Das ist einfach eine Gammelige, schimmelige Waffe Eine gammelige, schimmelige Waffe Noch eine Minute Ich muss jetzt Gas geben Sonst Werde ich noch Vom Thron runtergestoßen Die Waffe ist einfach geil Ey Die beste Waffe aller Zeiten Komm Kommt her Ihr Degenerierten Ich schlachte euch alle ab Wenn ich nur wüsste Wo sich ein Sack befindet Okay Ja, es ist kaum Zeit Oh, der warf nice Und, 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 und Ja Ich bin zweiter noch geworden Nice Nice Vielleicht schaffe ich noch Auf die Krone Ja, 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 ja 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 Ja, lauf Lauf, Forrest, lauf Lauf um dein Leben Gib Gommi, du verräterische Nutte, du Lauf, du Judensohn Lauf, ich sagte, lauf, du Verräter Mal in, alter, kurz vor dem Ziel Ey, meine Fresse Ey, das ist doch nicht dein Ernst Ey Das ist doch nicht dein Ernst Ich hätte es geschafft Sechs zu sechs Stand ist Was macht der da? Ja, äh Hat irgendwie eine komische Verbindung Oder so Ja, komm Komm, 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 komm Ja, 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 ich bin der erste Ja Wie spannend Da ist noch eine Da ist noch ein Sack Los, schnapp ihn dir Ja, ist klar Guck mal, der ist schon wieder Camp der da Oh mein Gott Was ein Muchel, ey Er ist auch noch erster Ne, er ist nicht erster Der camp da rum, ey, meine Alter, was habe ich getan? Nein Na Ey, das ist doch Nicht dein Ernst, oder? Oh Ich hätte doch gewonnen Meine Fresse Jetzt breche ich dem aus War sie in das Spiel Aber, ey Naja Das war trotzdem Ne sehr nice Ne sehr geile Runde War sehr spannend Ehrlich gesagt Meine Hände schwitzen schon Wie dem auch sei Ja, das war sehr nice Wie gesagt Ich beende das Video damit Und wir machen dann nächstes Mal weiter Ich habe gehört, dass einige Leute mitmachen möchten Im Multiplayer Ja, das kommt nur auf die Auf den Zeitpunkt an Also bei mir ist es immer spontan Wann ich What The Redemption aufnehme Je nachdem, wann ich halt Lust auf das Spiel habe Und wenn ich dann sehe, dass ihr dann online seid Also diejenigen, die dann halt dabei sein möchten Schreibt mich am besten mal an Und wie gesagt, wenn ich euch dann sehe Wenn ihr online seid Dann schicke ich euch eine Einladung Das war's dann Das war Zack, Tony Mit Goldrausch Mehr oder weniger Wir sehen uns Hiya